schon nein ich hab gar nicht gesneakt nein yo leute was geht cave ist wieder da na klar leute heute haben wir mal heute das kitty getroffen also ultra krass mann also ich hab das ganze internet nach diesen jungen durchforstet das ganze internet dann habe ich ihn gefunden und erst mal ein fettes abo gegeben leute gibt euch den jungen mal bester mann leute feiert einfach und gehen auf seinen kanal lassen da auch noch um da der junge hat verdient sondern auch die qualität ist besser als meine so haut rein und guckt euch ganze video ich wollte eigentlich da also überhaupt mit dem cave was was ist los eigentlich wollte ich da hinten bauen aber ich sollte mich vom spawn verpissen deswegen bin ich jetzt hier oben auf glatzkopfwerk habe hier schon nein ich hab gar nicht gesneakt alter die stimme alter warte ab bis du gleich spielst ähm wir hatten hier schon ich hatte schon aufgenommen aber da warst du gar nicht dabei ähm die folgen habe ich dann wieder gelöscht weil ich hatte paar aufnahmen von da drüben die 2 aber da wohne ich ja gar nicht mehr und deswegen habe ich einfach bin ich da bin ich das das war vor knapp einem jahr vor knapp zwei drei jahren ja hier für leon paar diamanten gesnackt habe ich hier viele das einfach sind oh mein gott leon hat diamanten gefunden die habe ich ja wirklich gefunden als sie noch mal kannst du noch mal oder muss wieder nach oben alter hier da habe ich das war gerade nach 2000 2014 war das ne 14 13 ja ich guck gleich mal da auf alle fälle da habe ich ein neues mikrofon bekommen ähm und den ja das hören die ja aber ich habe keinen bock dass man das doppelt warte ich muss noch kurz mein holster und leute jetzt musst du den ganzen weg zurücklaufen warte zurücklaufen das war einfach mal so krank ihr kriegt ein bisschen rot ist worden ich glaube schon ja leute auf alle fälle das war das war so unsere zeit da wo wir mein kopf gespielt haben und wo wir wirklich nach der schwelle nach oben haben weiß noch wir waren nur am zocken also hast du jetzt ein treffer nach oben gebaut oder auf alle fälle leute fast ganz durch die map leider nicht jetzt ganz durch das war die nächste nicht aber nein irgendwie nicht weil so ein wenig kloppen so wird es bohren geschrieben ach so ja da wusste ich gerade nicht wie es bohren geschrieben wird ich weiß auch nicht das ist manchmal so bei mir wie das geschrieben wird das geschrieben wenn ich mich klar wird da bin ich vielleicht fünf zentimeter weiter als sonst ich bin schon an der oberfläche ich bin schon an der oberfläche ja 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 und hier alle jahre sind alles ausgeboten und das ist nur halbfertig geworden nachdem wir es gesprungen und den hatten wir gar kein pläscher zu meinem geld wir hatten backup gemacht und wenn ihr euch wundert warum ich ihn glatt kopf werken denn wir haben ihn glatt kopf werke tauchen ist nämlich wurde mich auch ein glatt kopf werke ja alter da ist noch meine alte stimme jetzt habe ich mich glaube ich verlaufen weil ich bin gleich mal bei dir ja aber jetzt jetzt die tage meine videos hören sich ganz an ohne jetzt dann dass er sich nicht hoch tp kann weiß man ja wir haben das mit tp gemacht weil es wird wirklich du kannst du kannst du kannst du eine halbe stunde durch alle fälle guck mal und nein ja ich mag dich nicht in die beschreibung weil ich keine lust habe ich auch nie in die beschreibung alter wenn du mal bei meinen videos guckst denn habe ich nicht öfters machen ich weiß nicht ob zuschauer um wir haben hat sich so ein bisschen was da hat er dabei hat es gar nicht sind wir zwar nicht gelaufen und nicht gemein die ich bin mal nicht mehr wenn man wenn ich gemein man geht die müssen lauter tp wenn ich mal zu dir oder noch in der Höhle ich bin gleich ich bin schon oben Oh nö, ey, ich hab mich verloren Oh, hä, leu Ich hab mich verloren Verloren Ja, was ist Ja, ich hab aber ja, verlaufen Oh nö, ne AP, müssen wir jetzt nicht AP in Minecraft A-Craft Alter, das war noch die Zeit A-Craft Ja, hatte sie auch verlaufen Ich teleportiere mich gleich mal zu dir hin Weil Ja, ich hab's wiederhole Ja, ja Ich glaub's Oh ja, ich zeige mich zu Weiß noch, wo irgendjemand in der Walachai war Wreitwechseln, oder? Ja, ich hab's wiederhole Ja, ich hab's wiederhole Und der konnte sich selber zu sparen Glaub, ist wiedergefunden Ich hab's wiedergefunden Ich habe's wiedergefunden Ich hab's wiedergefunden Ich hab's noch Oh, er hat doch die Hütte Der hat doch gerade hingekuckt Ich mag hier nochmal ganz schnell mach kurz tp zu mir also tp ich mach kurz zu mir was meine fresse ne 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 da liegt noch ein ja du kannst ja tp zu mir machen ja was bringt mir denn das da ist der glatzkopfberg Junge xp zum Beispiel nein ohne scheiß so zu sagen verlaufen hier war so die hülle und wenn man da weißt du da konntest du immer so zurück total geil total geil ne das bin ich er hat das einfach aufgenommen weißt du wo ich gestorben bin ich glaub nicht ne da schreist du schon wieder weißt du wo ich gestorben bin seine scheiß jemand lasst dich aus nö ja aber guck mal siehst du ich hab keine keine Rüste da hinten da ist unser Heddy nö wo bin ich gestorben und nö ne wenn ich da hinten gestorben bin und jetzt aber hier ist dein glatzkopfberg ja aber ich bin noch gestorben ich bin außerdem runter gefahren bis zum mahaaauaauaauuuuus nö was soll ich jetzt mal achja was war das gerade babababababababab nö 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 Mittelpunkt der Stadt. Ne, wo ist dein Haus? Ich möchte anfackeln. Nein, ich hab nicht mal ein Feuerzeug. Ähm, naja, gut, ähm, ich glaub, das war auch schon mal der Folge. Wenn du dieses Video siehst, ne, hau rein, gib ein Like oder ein Abo. Wenn ihr wollt, schaut mal bei dem Kinn. Alter, total geil. Ich geh nicht in die Beschreibung, gib einfach seinen Namen ein oder guck paar andere Folgen. Ja, guck bei mir vorbei. Tschüss. 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 Leon, tschüss. Tschau. Tschüss. Tschüss.